Was ist die Begriff der Bildung? 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 Es ist für Pflegende aber nicht nur wichtig im Sinne von Bildung, sondern auch als Qualifikation. Nämlich deswegen, weil ja zu pflegende Menschen existenziell abhängig sind von Pflegenden und deshalb immer ein gewisses Potenzial von Machtmissbrauch besteht. Und deswegen müssen Pflegende auch über diese Qualifikation verfügen und nicht nur als Bildungsanspruch solche Macht- und Herrschaftsverhältnisse auch immer zu überprüfen, auch inwiefern sie verändert werden müssen. Klaffke erkennt natürlich auch, dass diese drei Grundfähigkeiten also sehr abstrakt sind und bricht sie deshalb runter auf sogenannte Bedingungskomponenten. Das sind jetzt etwas konkretere Fähigkeiten, die aber auch immer noch relativ abstrakt sind, wie Empathiefähigkeit, Problemlösefähigkeit, vernetztes Denken, Kritikbereitschaft, moralische Urteilsfähigkeit und Selbstbestimmung. Und die kritisch-konstruktive Didaktik und auch die interaktionistische Pflegedidaktik, das sind nun beides bildungstheoretisch fundierte didaktische Ansätze. Das heißt, es geht hier eben primär um das Konzept Bildung und wie man mit Inhalten, also mit einer gezielten Auswahl von Inhalten, eben solche Bildungsziele oder auch die Bedingungskomponenten von Bildungszielen fördern kann. Das heißt, man muss sich immer fragen, welche Inhalte geeignet wären, um zum Beispiel Empathiefähigkeit zu fördern oder umgekehrt, wie kann mit meinem Inhalt, den ich jetzt vom Lehrplan her unterrichten soll, wie kann ich damit jetzt Empathiefähigkeit zum Beispiel fördern? Das ist ja eine zentrale Fähigkeit, auch gerade in der Pflegeausbildung. Und dazu stellt Klaffki diese Frage, welche allgemeinen Zusammenhängefähigkeiten, Gesetzmäßigkeiten und so weiter können anhand dieses Inhalts, den ich unterrichten muss, angeeignet werden. Das, was ich Ihnen jetzt schon erläutert habe, das meint auf theoretischer Basis oder beschreibt auf theoretischer Basis das Konzept der kategorialen Bildung von Klaffki. Das nämlich formale Bildung, also die Aneignung von Kompetenzen und die materiale Bildung, also das Wissen zum Beispiel, also Aneignung von Wissen, dass das miteinander in Zusammenhang zu bringen ist. Also Klaffki fragt hier dann danach, welche Fähigkeiten vorhanden sein müssen, um bestimmte Inhalte aufzuschließen und wie anhand von Fähigkeiten, diese Inhalte aufzuschließen, wiederum gefördert werden kann. Also das heißt, ich muss, dass die Schlussfolgerung hieraus bedeutet, dass Lehrende eben die Inhalte so auswählen müssen, die Unterrichtsgegenstände, dass damit eben diese formale Bildung auch, also die Erwerb von Bedingungskomponenten, die ich Ihnen eben vorgestellt habe, auch erreicht wird. Und nun stellt sich das, je nachdem, um welche Unterrichtsgegenstände es geht, ja unterschiedlich dar und die interaktionistische Pflegedidaktik liefert hier eben die Kriterien, um diesen Zusammenhang zwischen materialer und formaler Bildung herstellen zu können. Also um gezielt Inhalte auswählen zu können, die zu Bildungszielen beitragen. Vielen Dank.